Guckt euch das an, wie der Bunk hat, Junge, die Bunker. Niedriger Bunker. Du kannst keinem erzählen. Du kannst... Schade. Oh, Ecke, okay. Oh mein Gott. Hä? Was war das für ein Tor? Ich will doch einfach nur... Ja! 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 Die einzige Karte, die ich haben wollte. Die einzige Karte, die ich haben wollte. Kuss geht raus. Fast ein Kopfball. Ist drin! Hat keiner gesehnt. Ach, Mann, ich bin so doof. Was? Boah! Habt ihr das gesehen, wie der den geklärt hat? Wie abseits? Hä? Ein Pack kostet 20 Euro, Alter. Ist so krank. Ja, Mann. 20 Euro für einen Pack. Ja! Future Star! Komm! Gön! Gön! Wer ist es? Du bist mal so krank! Let's go! Dennis, wer bist du, Alter? Dennis, Digga? Ich kann doch! Clip, bitte. Clip! Ah! Let's go! Aguero dahinter. Yo, Lukas. Man kennt ihn. Ach, FIFA. Hilfe. Oh, Jungs, holt bitte die weiße Jacke und führt mich ab. Ey, bitte. Oh mein Gott. Nach 3-0 Rückstand. So, links, rechts. Papa, Papa. Oh Gott, da ist der Ronaldo. Na, Messi. Jawohl. Das haben wir wirklich Messi. Ah ja. Das war's komplett. Das war's einfach komplett. Das ist genau ein FIFA Deutschland Video, digger. Genau FIFA Deutschland Video. Stark. Keeper kommt. Handspiel. Was? Yo. Ich kann, ich kann das nicht, digger. Ich kann wirklich, ich kann das nicht. Ich hab noch nie sowas erlebt. Das ist wirklich das krasseste Spiel, was ich jemals erlebt habe. Ich mache alles richtig, aber kann keine Tore schießen. Ballroller am Torwart vorbei. Auf einmal stolpert der. Alter. Der kommt zu schreien. Ronaldo kann ich nicht anwählen, weil er sich da aufregt über was auch immer. Natürlich kriege ich den nicht. Alter, das ist das herdeste. Ohne Scheiß, digger. Ich muss wirklich lachen, weil ich, ich kann nicht, ich kann nicht mal darüber ragen, weil es das Witzigste ist, was mir, glaube ich, jemals passiert ist. Was ist das? Und sie gehen nicht drauf. Team Pressing, Dreierkette, alles drin. Alles drin. Und geht nicht drauf. Es ist zum Kotzen. Du kannst nicht drauf gehen, Mann. In diesem Scheißdreck Spiel. In diesem verhurtem Scheißdreck, Mann. Fuck off. Fuck. Hat die 4 halt auch aufgegeben, dass die 4 ist es. Ja, auf Ansage. Die 4 ist es. Ich das kriege ich. Oh, bitte. Also, ich dachte so, ich hab Pech oder ich hab Glück. Und dann sowas. So, hier funktioniert. Ihr passt nach hinten. Lass den laufen. Und macht dann, wenn er auf gleiche Höhe ist, Doppel-Dreieck-Ball. Schaut euch das an. Der kommt sogar da. Kommt er an. Habt ihr das gerade gesehen? Ey, das ist ein Cheat, Alter. Was war das denn jetzt? Werner. Elegant. Das könnte die Gelegenheit geben. Das muss es sein. Was ist eine Chance? Lass uns was. Der ist nicht drin. Nenn Walkout. Wir kriegen den Walkout. Ui, ui, ui. Das soll die Mafia sein. Was? Nein! 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 Nein, 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 nein. Da. Die, bist du professionist! Bis zum nächsten Mal.